Hey, hier ist Marcel von CubeTube. Xiaomi hat ein weiteres Smartphone vorgestellt, nämlich das Xiaomi Mi 9T Pro, was ich hier auch direkt in der Hand habe. Und in diesem Video tritt es an gegen das bereits erhältliche Modell, das Mi 9. Welche Gemeinsamkeiten es gibt und welche Unterschiede und für welches Gerät ich mich am Ende entscheiden würde, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, jetzt haben wir beide Geräte nebeneinander liegen und dreimal dürft ihr raten, bei welchen der beiden es sich um das neue Mi 9T Pro handelt. Ich denke mal, die Frontkamera wird einen guten Hinweis geben, weil beim Mi 9, das ist nämlich das Gerät hier auf der rechten Seite, befindet sich die Frontkamera noch im Display als sogenannte Dewdrop, also Wassertropfen. Frontkamera befindet sich hier in der Mitte und beim Mi 9T Pro, was jetzt hier auf der linken Seite liegt, haben wir keinerlei Notch, beziehungsweise auch keine Frontkamera, die jetzt im Display eingearbeitet wurde. Dementsprechend super, super schmale Displayränder. Das Mi 9 hat ebenfalls sehr schmale Displayränder, aber wie gesagt, der Oberbereich ist da auffällig. Beide Geräte verfügen über ein Super-AMOLED-Display mit Full-HD-Plus-Auflösung, das heißt im konkreten Fall sind das 2340x1080 Pixel. Laut Herstellerangaben kommen beide Displays auf 600 Nits Helligkeit. Im Real-Life quasi sind das über 400 Candela pro Quadratmeter, haben wir nachgemessen in der Redaktion. Und das sind natürlich sehr gute Werte, um die Geräte auch draußen benutzen zu können. Wie man hier sehen kann, kommt bei den beiden Geräten Android in der Version 9 zum Einsatz, zusammen mit der MiUI 10. Ich denke, dass auch ziemlich bald das Update auf Android 10 folgen wird in Verbindung mit der MiUI 11, die auch vorhin gerade auf einer Xiaomi-Pressekonferenz nochmal offiziell angekündigt wurde. Kommen wir nun zu den inneren Werten. Bei beiden werkelt ein Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core-Prozessor im Innen, der sehr leistungsstark ist, in Verbindung mit 6 oder sogar 8 GB RAM, je nach Modell, und bis zu 256 GB internen Speicher. Wir haben jetzt hier das Mi 9 mit 128 und das Mi 9T Pro mit 64 GB internen Speicher. Der Speicher lässt sich aber bei beiden Geräten leider nicht via Micro-SD-Karte erweitern. Das finde ich sehr schade. Das wäre auch einfach möglich, weil die Geräte besitzen beide einen SIM-Karten-Slot. Der befindet sich beim Mi 9 auf der linken Seite und beim Mi 9T Pro unten. Wir können zwei Nano-SIM-Karten aufnehmen, aber wie gesagt leider keine Micro-SD-Karte. In Sachen Akkukapazität gibt es aber einen weiteren großen Unterschied. Bei Mi 9 sind es nur 3300 mAh, während es beim Mi 9T Pro insgesamt 4000 mAh sind. Bei Mi 9, ja, mit 3300 mAh kann man auf jeden Fall nicht so große Sprünge machen. Da sind die 4000 mAh vom Mi 9T Pro auf jeden Fall deutlich besser, um damit auch eineinhalb Tage durchzuhalten. Beide Akkus können aber dank Quick Charge 4 Plus schnell wieder aufgeladen werden, sogar mit 27 Watt. Leider liefert aber Xiaomi nur ein 18 Watt starkes Netzteil mit. Das finde ich auch schade. Da muss man also separat nochmal ein stärkeres Netzteil sich zulegen. Aufgeladen natürlich via USB-Typ-C-Schnittstelle, wie ihr hier unten sehen könnt. Die Schnittstelle ist aber leider nur mit USB 2.0-Protokoll angebunden, dementsprechend der Datentransfer etwas eingestrengt von der Geschwindigkeit her, aber auch nicht weiter tragisch. Im Gegensatz zum Mi 9T Pro kann das Mi 9 aber auch per Wireless Charging mit bis zu 20 Watt aufgeladen werden. Beide Geräte können mit einem Fingerabdrucksensor im Display entsperrt werden. Das klappt auch mal mehr, mal weniger gut, je nachdem. Also da sind die Sensoren von Samsung zum Beispiel deutlich besser und zuverlässiger. Jeweils ein kleines Fingersymbol signalisiert letztendlich, wo man dann seinen Finger drauflegen muss und das Gerät zu entsperren. Des Weiteren kommt bei beiden WiFi in der Version 5 zum Einsatz, beziehungsweise Bluetooth 5.0 und NFC ist ebenfalls mit an Bord für Mobile Payment, zum Beispiel Google Pay. Ein Größenvergleich ergibt, dass es jetzt aufgrund der identischen Displaygröße keine großen Abweichungen gibt, außer in der Dicke der Geräte. Und ich versuche die mal so nebeneinander oder so zusammenzulegen, dass man das in der Kamera gut erkennen kann. Man sieht, das Mi 9T Pro ist mit 8,8 mm etwas dicker als das Mi 9, das auf 7,6 mm kommt. Zudem ist es mit 191 Gramm auch etwas schwerer als das 173 Gramm leichte Mi 9. Und ein weiterer Unterschied lässt sich feststellen, ich drehe das mal um, hier oben sieht man nämlich bei Mi 9T Pro einen Klinkenanschluss. Der ist leider bei Mi 9 nicht vorhanden, das heißt bei Mi 9 braucht ihr noch den klassischen Typ C auf 3,5 mm Klinkeadapter, wenn ihr ja nicht ohnehin schon Bluetooth Kopfhörer verwendet. Weiterhin sind beide Geräte nicht wassergeschützt bzw. gegen Spritzwasser geschützt nach dem IP-Standard, also haben keine IP-Zertifizierung. Das Mi 9 kommt in der Front mit Gorilla Glass 6 und auf der Rückseite ist Gorilla Glass 5 mit an Bord. Bei Mi 9T Pro ist das im Front- und Rückbereich jeweils Gorilla Glass 5, also ist das Mi 9 von der Front aus betrachtet noch etwas robuster, oder soll zumindest etwas robuster sein und häufige Stürze besser überstehen. Betrachten wir jetzt die Geräte mal von der Rückseite, drehe beide mal um, dann sieht man, dass beide Geräte über ein Triple-Kamera-Setup verfügen. Das ist beim Mi 9T Pro hier mittig angeordnet, beim Mi 9 an der linken Seite und beide verfügen über Sony Sensoren mit 48 Megapixel, also der Hauptsensor und der bietet eine Offenblende von f1.75 und dann die weiteren Linsen. Und da gibt es halt auch den größten Unterschied. Beim Mi 9 ist das für Ultra-Weitwinkelaufnahmen ein 16 Megapixel-Sensor, hingegen beim Mi 9T Pro sind das nur 13 Megapixel. Zudem gibt es eine Zoom-Linse mit 12 Megapixel für zweifach optischen Zoom und eine Offenblende von f2.2. Beim Mi 9T Pro sind das auch etwas weniger Megapixel, nämlich nur 8. Das heißt im Ergebnis, dass das halt etwas weniger Details dann auffangen kann. Das heißt die Bilder werden oder sollten vom Mi 9 damit etwas besser werden von der Detailqualität. Beim Hauptsensor gibt es aber auch einen kleinen Unterschied. Beim Mi 9T Pro ist es nämlich der IMX582, währenddessen beim Mi 9 der IMX586 zum Einsatz kommt. Das heißt die Qualität ist noch ein bisschen besser. Wir haben ja vorhin über das Display und die Frontkamera gesprochen. Bei beiden Modellen kommt jeweils eine 20 Megapixel Frontkamera zum Einsatz und beim Mi 9T Pro versteckt die sich hier oben im Gehäuse oder fährt oben aus dem Gehäuse raus. Ich mache das nochmal gerade. Es gibt dazu noch ein akustisches Signal, finde ich ganz witzig, könnte aber auf die Dauer auch nervig sein, lässt sich aber auch ausschalten. Und auf jeden Fall für mich so ein kleiner Running Gag, um die Freunde mal zu überraschen bzw. zu fragen, hey, rate doch mal, wo meine Frontkamera sitzt. Ja, wie man schön sehen kann, bestehen beide Geräte aus Metall und Glas und die Rückseite vom Mi 9T Pro, die hat es mir echt angetan mit diesem blauen Farbverlauf, so flammenartig. Gibt es übrigens auch in Rot und hier das Mi 9 liegt uns leider nur in der schwarzen Version vor. Kommt dagegen, wirkt dagegen etwas langweilig, aber wie gesagt ebenfalls eine Glasrückseite, die natürlich auch, wie man auch im Video sehen kann, oder beide Rückseiten auch anfällig für Fingerabdrücke sind. Ja, ihr habt gesehen, die Unterschiede zwischen beiden Geräten fallen sehr gering aus. Ich habe zwar beim Mi 9T Pro kein Wireless Charging, dafür aber den größeren Akku und auch die, ich persönlich sehr schick finde, die Pop-Up-Kamera, die hier schön aus dem Gehäuse ein- und wieder ausfährt. Und ich habe noch den 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer, der ebenfalls beim Mi 9 nicht vorhanden ist. Dafür habe ich aber beim Mi 9 die bessere Fotoqualität, weil ich auch einen etwas besseren Sensor mit an Bord habe. Dennoch, beide Geräte kosten ähnlich viel derzeit im Internet und ich persönlich würde mich auf jeden Fall für das Mi 9T Pro entscheiden, auch weil hier das Display wirklich so clean ist und super dünne Displayränder aufweist. Aber genug von mir. Für welches Gerät würdet ihr euch denn entscheiden? Für das Mi 9T Pro oder für das Mi 9? Hinterlasst doch dazu mal gerne einen Kommentar und vergesst auf gar keinen Fall auch einen Daumen hoch zu geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.